Was geht ab? Wir fahren jetzt... Wie geht das denn, Digga? Digga, du startest immer, ich schwöre, immer... Was geht ab? Wie soll ich denn starten? Sag du. Nö, ist doch gut gewesen. Okay. Was geht... Ja, was geht ab? Wir starten jetzt den Vlog. Sagt man Vlog? Ja, ist ein Vlog. Ja, okay. Wir starten jetzt den Vlog mit meiner neuen Glatze. Wenn ich... Aue, oh, ja. Kann man machen, oder? Oh, schau mal. Feier ich. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt zu unserem Management. Dann fahren wir zu Monti. Dann wird gegrillt. Dann wird dort Iftade gemacht. Und wir nehmen euch mit. Auf entspannt, Digga. Vielleicht landen wir am Ende wieder im selben Bett. Rohrat und ich, der weiß. Man weiß es nicht bei dem Jungen. Er macht ja immer irgendwie so komische Sachen. Ich? Ja, du. Und das weiß doch ganz genau, Rohrat. Und selbstverständlich, in Liebe, die Blatze, ne? Viva el Cartel. Ja. Auf entspannter Rino, weil ich gerade sehe, der ist ein bisschen wuselig, der Bart hier. Machen wir den hier. Gibt es den jetzt auf dem Markt mittlerweile? Natürlich, den gibt es auf dem Markt mittlerweile. Ach so, dann kannst du mal den Link in die Videobeschreibung packen, oder? Auch in deine. Ja, bitte. Auf jeden Fall, bis gleich. So, wir sind jetzt in Lidl. Robert muss eine Maske tragen, ich nicht. Ich bin natürlich attestiert. Also attestiert heißt ärztlich befreit von der Maskenpflicht. Jetzt werden wir den Premium. Okay, und wir machen natürlich meinen Premium Nudelsalat. Dafür brauchen wir Nudeln und ein paar andere Kleinigkeiten. Die zeige ich euch gleich. So, wir haben jetzt Mayonnaise gefunden. Das ist die Mayonnaise. Tatsächlich habe ich aber leider keinen Einkaufswagen mitgenommen. Digga, das ist mal... Den brauchen wir nicht, weil wir recyceln und machen einfach den hier. Schlau im Leben. Meinst du auch so Karotten und so? Das Erbsen. Das sind Erbsen? Ja, eine Packung reicht. Einmal Mais. Das, weil man das nicht verdauen kann, ist am besten. Nein. Wie? Ach so, doch. Ich dachte, das ist kaputt. Wie bist du zu ziehen gerade? Äh, so. Dann haben wir das. Und jetzt ganz wichtig. Äh, Gurken. Äh, Gurken. Gurken-Sauer. Äh, saure Gurken. Du meinst das da? Sauere Gurken. Genau die hier. Aber was ist das die richtigen Gurken? Crunchies. Und dann brauchen wir noch einmal richtig Curry. Lol. Was? Das hat man einen Gipsch. Paulana Schieb. Wie ist sie? Ja, guck mal eine Fieb ich auch mit. Aber in solchen Dosen. Das wusste ich gar nicht. War gut, easy. Nimm hier mit. Okay. Gut. Lass mich dich mal kurz aufnehmen. Und mal fest. Und so zeigt man euch ganz easy, wie man jemanden ausgesucht hat, dass du trägst jetzt. Geil. Ist alles in Ordnung, Mann. Wir holen uns noch kurz schnell Gewürze und dann sind wir auch fertig hier. So, wir sind ein bisschen spät dran. Roat steht an der Kasse. Und wir holen jetzt hier einmal, als Entschuldigung, weil wir ein bisschen spät dran sind, eine Palette Red Bull für Monty. Und, äh, genau. Du meinst, du kommst gut in die Palette Red Bull raus? Palette Red Bull geht immer. Okay. Geht das, Roat? Wo? Halt, äh. Ja, warte mal. Guckt euch das an. Ich hab mich komplett habs genommen. Liga. Schaut euch das an. Die ganze... Los ist... Ich hab keinen Bock, dass du mir verzeihen hast. Alles, die ganze spät ist hier drin ausgekippt. Oder war ich so schwer, das ist? Oder scheiß mal auf schwer. Mein ganzer Auto ist nass. Komplett alles hier drin. Ich schwör's euch, Chat. Schatz, ne? Äh, Dings, Vlogs. Oh, nee. Ich bin am Arsch, Bruder. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das komplett alles... Das läuft jetzt irgendwo rein. Liga, mach mal hier drinnen. Scheiß auf dich. Ich hab jetzt keinen anderen Weg gefunden. Außer... Außer so. Guckt euch das an. Hier. Guckt euch das an. Das ist einfach alles nur Spezi. So, wir sind jetzt gerade hier bei Monty. Hier ist der Chat. Hier ist der Stream. Hier ist, äh... Namen vergessen, ne? Brohead. Und hier ist der Nudelsalat, den wir heute machen. Und... Hier wird gerade... Was wird gerade gemacht? Äh... Essen für die Fische. Okay. Ich drück... Ja. Also hier, der kriegt heute was zu essen. Genau. Haben die auch gefastet? Äh, nee. Okay, klar. Nicht, nee. Nee, das gibt's ja gar nicht. Okay. Wir haben hier bisschen Würstie-Mürsties. Hier haben die gut eingekauft. Hier haben die gut eingekauft. Das haben die eingekauft. Wir grillen hier. Durch das alles. Dips, Meps. Rotimoti. Hört man, alles gut? Alles. So. Wasser ist raus. Wasser ist raus. Ist das alles ausgeliehen? Jetzt. Wovon habe ich zwei? Von diesen Gläsern hier. Das ziehen. So, ja. Und das schnübeln wir jetzt gleich. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier. Ne? Das sind die... Warte mal bitte ganz kurz. Ja, mein Fisch-Tutorial. Normal. Ich hoffe, dass der Akku... Achtet mal, wenn der braucht. Dass der lebt. Nee, dass der Akku nicht alle geht, ne? Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das ist alles. So, das ist der kleine jetzt hier. Zack, 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 zack. So, Fleisch. Abus Weltmeister im Kochen. Ja, Brorah. Brorah, ja. Deine Haare sehen gut aus. Ja, ich hab... Also, den Rest hab ich zu Hause gelassen. Aber die, die mitgekommen sind, sind zufrieden. Ja, das sieht schön aus. Ja, Brorah. Guck mal hier. Wer macht Auge da? Machst du Auge? So, also, Live-Chat cooked zu. Von Monty. Während wir hier die Nudeln machen. Die sind hier drin. Jetzt kommt Salz rein, ein bisschen würzen. Und gleich zeig ich euch, wie es weitergeht. Sieht so unspektakulär aus. Bruder, wenn du das später nicht auflutscht, dann weiß ich auch nicht. So wie Kailo gerade. Du wirst ja so vom Boden lecken wie Kailo gerade. Guck mal, er wartet immer noch. Ich feier ab, wo seine Haare sind richtig. Machst du es richtig so? Ich habe ja auch schon gesagt, sie sieht süß aus. Bruder, ich habe gerade Gänsehaut durch die ganzen Körper gefahren. So, fast alles fertig. Stream gerade aus, wir sind abgestürzt leider. Gerade, wo er ein Ende... Oh. Sollte der Zieler am Start sein. Warte, bis die Leute erkunden. Alles gut, alles gut, alles gut. Herd aus. Du musst sagen, Siri, Herd aus. Hey, Siri, mach Herd aus. So. Okay, filmst du? Digga, was für ein Mero? Ey, das... Hä? Mein Handy! Nudel, sei das warm? Nudel, sei das warm? Ja, kann zu kalt auf essen. Kann zu warm essen, egal. Ich finde, das ist nur kalt, oder? Ich finde es warm geiler. Ja? Habe ich noch nicht warm gegessen, bin ich ganz ehrlich. Weil in Deutschland... Digga, warm schmeckt immer alles besser. Nein, Salat nicht. Nicht alles, Bruder, aber... Muss ich den Kartoffelsalat warm essen? Kartoffelsalat, will dir der Kartoffelsalat muss kalt. Ist doch dein Kartoffelauflauf. Nein. Ist doch das selbe, oder nicht? Ist doch das selbe, oder nicht? Ist doch so süß, ey. Paprika rote noch rein, dann sieht das ein bisschen spektakulärer aus, wenn ihr besucht bekommt, die ist das. Aber wenn wir jetzt so einfach nur für uns essen, auf schnelle Welle, brauchen wir das nicht. Und es kommt natürlich gleich Mayo rein, das ist wichtig. Und dann brauchen nicht Leute zu sagen, oh mein Gott, wie viel Mayo ist da drin? Ja, das ist normal, Bruder. Was denkt ihr, wenn ihr Kartoffelsalat... Das ist wirklich wie viel Mayo, das ist das Gefühl nur Mayo. Cocktails hier in den Chat. So, hier ist mein Teller. Schon ein bisschen was gegessen. Hier ist der Nudelsalat. Robert, wie ist der Nudelsalat? Sag ehrlich. Neu kommt's hin. Echt, jetzt? Ich will den auch echt lecker, muss ich das verstehen, ja. Okay. Ismet? Ich zeig auch. Wenn der kalt wäre, ist es sogar noch besser. Mein Geschmack. Kalt kann man den ja auch essen, da ist ja noch so viel drin und wir sind ja noch ein bisschen hier, später können wir noch ein bisschen essen auch und so. Aber sagst du, ungefähr bis 10 für den Anfang, nicht für den Restaurant, Bewertung. Wenn ich jetzt auf hohem Niveau bewerten müsste, ich kann ja nur von meinem Geschmack bewerten. Also deine hast du 10 oder was? Das hier, also... Nein, nein, ich habe keine. Also ich würde dem eine 8 von 10 geben. Das ist sehr, sehr heftig. Und Kailo hat wie viele Stücke Fleisch gegessen? Das weiß ich nicht. Also ich habe ihm 6 oder 7 gegeben. Ernsthaft? Nein, nein, nein. Genau 2, so eine Mini-Würfel. Na, Bruder, alles gut. Das geht, ne? Ja, ja. Oha. Ja, okay. So, habt ihr hier rohart, mache ich ein Sandwich. Das wird geil. Harte, Vater, hab ich noch einstecken. So sieht das aus. Sollen wir jetzt noch zusammen. So sieht das aus, hier unten zu natürlich. Und jetzt? Würdest du dich so im Laden verkaufen? Natürlich, direkt. Ess. Alles gut? Na, 2 Euro will ich dafür bezahlen. Strafstumsgas, warum nicht? Gemeiner Kerl. Das ist die kurdische Massage. So. 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 Direkt ein paar Würbel geklaxt. Schön ein bisschen noch auf seinen Hintern ein bisschen. Soll ich nach unten? Ja, musst du. Du musst einmal schön runtergehen. Bisschen weiter nach. Wie gefällt's dir, Rohat? Da liegen die Platz. Was sagst du dazu, Rohat? Ohne dass ich da war, haben wir die Platz zerstört. Was sagst du dazu? Ja, das soll ich dir auch schon sagen. Sag es! Das ist irgendwie ein Scheißdreck. Das lügt dich nicht ein Scheißdreck. Du bist Herzschmerz. Sei ehrlich. Da liegt die Platz. Da liegt die Platz. Aber Maschallah, bei Dings läuft. Normal, Bruder. Wir sind hier gerade random auf Ome. Natürlich bei Monty. Einfach Thilo getroffen. Thilo, kannst du mal was sagen? Keine Ahnung. Irgendein Rap-Lied. Irgendwie so raps du doch. Mach mal. Ja, denkst du wirklich, der ist echt? Der hat doch gerade sein Bild gezeigt. Das ist er. Oh mein Gott, Digga. Ja, er ist doch auf seinen YouTube-Account, oder nicht? Du sagst, es geht schon. Er hat nicht mal diesen Dings Augenbrauen, äh, diese, diese, äh, hier, wie heißt das? Diese Augenringe hast du noch nicht mal tätowiert. Wir nehmen nebenbei noch... FAKER! Wir haben gerade den Stream beendet. Das sind die Teller. Rohat hat nicht ganz aufgegessen. Morgen schlechtes Wetter. Aber dafür... Morgen schlechtes Wetter? Ja, weil mein Teller nicht aufisst. Achso. Ähm... Wie war der Tag heute so, mit Grillessen, mit Nudelsalat von Abu, dies, das? Sag mal. Ja, Bier. Das war's, Mann. Das war's. Ich finde den Tag voll Toggo, den Tag. War sehr, sehr Toggo. Ja, Toggo ist so ein Re-Champ. Was heißt Re-Champ? Nein, ich nehme. Bruder, das ist... Was laberst du? Eher Chat... Äh, 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 Dingsda? YouTube-Chat? Einmal, äh, Toggo in die Kommentare. Wenn ihr das Video natürlich nur Toggo fandet. Sonst, wenn ihr das so, okay, gut war, ja, war gut, dann Korall. Äh, aber ich denke, meine Homies werden da Toggo drunter schreiben. Extra für den Bray hier. Oder? Ja, lass auf jeden Fall schlafen gehen. Machst du schon mal das Bett bereit? Und wenn es so mittelmäßig war, dann war es Korall. Nee, Korall klein geschrieben. Ach so. Korall besser, groß geschrieben. Mittelmäßig ist es Porall, oder was? Was ist Porall? Ja. Digga, du bist so ein Re-Champ. Ich kriege Diabetes, Digga. Ja, Bruder, dann hör auf das zu essen. Besser, du Allah. Das ist viel. Zu viel. Zuck. Oh, du kleiner Penderro, jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du am Arsch. Digga, es ist Freimonat, bist du am Arsch. Wohin? Oh, du kleiner Penderro. Ja? Ja, du kleiner Miader, oder was? Ja, so machst du also? Bleib stehen. Digga, ich werde nicht fertig. Jetzt weiß ich mehr. Jetzt, Torbo. Torbo, sag dir jetzt. Okay, ich gebe auf, Mann. Sag einfach, es tut mir leid. Das war nicht so toll, oder? Du sagst, es geht schon. Aber Baby, tu mir leid, wollt ihr nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin ich Jesus.